Ich habe am Schluss der Aufnahme gemerkt, dass ich mehrheitlich den Beamer Hellraumprojektor genannt habe. Ich meine natürlich jeweils einen Beamer. Also jedes Mal, wenn ich Hellraumprojektor sage, Beamer ist gemeint. Viel Spaß beim Video. Wie kriegst du deine Vorlage auf deine Unterlage? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil. Heute schauen wir uns das Übertragen der Skizze mittels einem Hellraumprojektor an. Und allzu viel über die Technik geht es da ja offensichtlich nicht zu erklären. Du siehst es hier, wie ich die Skizze herstelle. Der Hellraumprojektor scheint auf die Unterlage und du kannst dir nun abzeichnen, was du haben möchtest. Nun, ich baue das Bild jeweils so auf. Ich male übrigens mit wasservermischbaren Ölfarben. Ich konzentriere mich erst auf größere Flächen, gehe dann immer mehr ins Detail und passe die Farben laufend an, wie ich sie haben muss. Das bedeutet für meine Skizze, dass die von Anfang an nicht allzu detailliert sein muss. Denn das geht halt eben nicht mit der Technik konform, wie ich ein Bild aufbaue. Wenn du jetzt auf den Gedanken gekommen bist, ja ist ja super, da male ich einfach direkt das ganze Bild. Dem ist abzuraten. Das heißt, du kannst es ja gerne mal probieren, wenn du möchtest. Was du aber feststellen wirst, ist, dass du gar keine Kontrolle darüber hast, was du malst. Denn das Bild wird permanent angeleuchtet und du kannst gar nicht sehen, wo du genau aufträgst, wie viel du aufträgst und vor allem in was für einer Farbe. Den größten Vorteil sehe ich für den Hellraumprojektor bei großen Bildern. Hier male ich auf einer Unterlage, die ist 50 x 60 cm groß. Und um da die Grundstrukturen zu übertragen, die Büsche, der Boden, die Pferde, die Menschen, halt einfach ganz einfach, jetzt in meinem Fall. Und die Wolken, die dann ja auch den Himmel abgrenzen. Ich sage, es wäre ziemlich gut, wenn da nicht die Nachteile wären. Denn für mich sind die Nachteile relativ groß und ziemlich lästig. Einerseits, schau dich mal in deiner Wohnung um oder in dem Bereich, wo du malst. Hast du einen Ort, wo du den Hellraumprojektor schön abstellen kannst, dass der dann auch auf deine Unterlage zielt. Und das im richtigen Abstand, in der richtigen Höhe. Wenn nicht, dann musst du dir, wie ich, etwas zurecht basteln. Ich habe also eine zweite Staffelei genommen. Und mit dieser schön auf die Unterlage auszurichten, ist extrem mühsam. Ein weiteres Problem, das kann man ja vermeiden. Aber sollte ich nun an die Staffelei mit dem Hellraumprojektor stoßen, dann geht der Spaß von vorne los. Ich kann dann nicht nur aufs Bild ausrichten, sondern auch auf die Skizze, die ich bereits gemacht habe. Ja, das ist einfach sehr, sehr lästig, wenn einem das mal passiert. Und eben, wie gesagt, auch das Ausrichten an sich. Man will ja gerne malen und möchte auch schnell damit starten. Ja, und das alles vorher aufzubauen, nur für die Skizze. Und dann vergisst man noch zwei, drei Beine wie ich. Ja, für mich nicht das angenehmste. Ich habe mir damals einen gekauft und habe ein großes Bild damit skizziert. Und das ist nach eineinhalb Jahren das zweite. Also wirklich brauchen tut man den also nicht. Andere verwenden ihn aber auch gerne, um präzise Skizzen von Gesichtern herzustellen. Also Porträts, damit die Augen schon genau am richtigen Ort sitzen. Und die Kinnpartie beispielsweise, der Mund, die Nase. Dafür wird er auch gerne verwendet. Und wenn wir uns auch noch die moralische Frage anschauen wollen, ist es noch Kunst, wenn man den Hellraumprojektor verwendet hat? Ist man dann Künstler? Hat man da zu viel Hilfe in Anspruch genommen? Das ist alles zweitrangig. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, nur weil ihr einen Hellraumprojektor für die Skizze verwendet, werdet ihr nicht automatisch ein schönes Bild malen. Denn es kommt immer noch aufs Handling mit dem Pinsel drauf an, aufs Mischen der Farbe, aufs Kontrasterlebnis, aufs Aneinander anpassen. Und da ist man noch genug beschäftigt damit. Also ganz klar, auch Künstler, die ihre Werke verkaufen, verwenden gerne auch mal einen Hellraumprojektor für eine Skizze von Porträts zum Beispiel. Das ist komplett legitim und ist einfach ein arbeitserleichtender Schritt. Ich meine, wir klopfen ja auch nicht mehr zwei Steine aneinander, um Feuer zu machen, nur um sagen zu können, ich habe richtiges Feuer gemacht. Also ist ja irgendwo lächerlich, oder? Daher, diese Frage können wir gleich, ja, wegtun. Alles, was hilft, könnt ihr verwenden und nichts von allen Hilfsmitteln macht eure Kunst in irgendeiner Art und Weise schlechter oder weniger professionell. Ganz und gar nicht. Ihr könnt jetzt also sehen, wie ich den Hellraumprojektor kurz für euch ausmache. So, und jetzt sehen wir, die Wolken sind also drin, die Reiter fehlen noch, die Menschen und wir haben Bücher im Vordergrund und auch etwas Boden. Aber auch wenn ihr das jetzt so sieht, das macht noch kein gutes Bild aus. Gut, wir schalten also wieder an und ich übernehme noch den Rest. Lasst uns das etwas vorspulen. Ich denke, ihr wisst ja alle, wie das gehen könnte oder wie ihr das machen würdet. Ihr könnt da so viel übertragen, wie ihr wollt. Auch mit Bleistift, mit was auch immer ihr zeichnen oder malen wollt. Außerdem muss eurer Beamer nicht teuer sein, nur um eine Skizze zu übertragen. Ihr braucht da also keinen Ultra HD 1000 teuren Beamer, weiß ich nicht was. Es gibt ja auch schon welche im tieferen Preissegment. Damit kann man das vielleicht einmal ausprobieren, wenn man möchte. Und gerade wenn man groß malt, dann ist das vielleicht eine Technik, die einem gefallen könnte. Und so sieht dann die schlussendlich angefertigte Skizze aus. Ein, zwei Beine auf der linken Seite habe ich vergessen. Das macht aber gar nichts. Ich werde die im Malprozess eh etwas verlieren. Und ja, das ist jetzt eine Skizze, die schon sehr, sehr viel enthält für meine Verhältnisse. Sehen wir uns doch noch das erste Stadium von dem Malen an. Ich schneide das Video am Abend und soweit bin ich gekommen. Weiter mache ich dann am nächsten Tag. Aber ob ich diesen Malprozess ganz filme, da bin ich mir noch nicht sicher. Ehrlich gesagt glaube ich eher nicht. Denn in dieser Größe, ja, ist es recht behindernd mit der Kamera, damit ihr überhaupt was seht. Und ich selbst kann nicht gerade davor stehen. Ja, vielleicht male ich das dann privat fertig. Aber ihr könnt sehen, so sieht das erste Stadium aus. Also die ungefähren Farben aufgetragen, die Formen übernommen, damit ich einfach eine Landkarte habe. Ich weiß, wo was steht. Und morgen wird dann alles verfeinert. Praktisch nichts bleibt so, aber die Wolken sind einfach schon unterteilt in hell und dunkel. Die Pferde kann man so unterscheiden. Das Weiss bleibt natürlich nicht so. Die Pferdeköpfe bleiben nicht so. Die Beine bleiben nicht so. Die Menschen bleiben nicht so. Auch der Vordergrund nicht. Ja, mal schauen, ob zu diesem Bild nochmal etwas auf diesem Kanal kommt. Mit diesem Video sind wir aber am Ende angelangt. Wie immer bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, dass wir uns auch das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Gute und Tschüss. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.